Hier läuft Kühlwasser raus, der Kühler ja hinter der Stoßstange vorne links und rechts platziert, während wir nochmal auf den Start schauen. Ten Forde vorne weg, Evans reiht sich ein, Bucolaci, Zöchling und Güven. Von oben ein Platz nach vorne für Ayan Can Güven. Porsche Junior im zweiten Jahr drückt sich da auf die Vier. Ja, typischer Start auch wieder für Monaco. Jetzt hier alles noch ganz glimpflich und dann dahinter, da wird dann auch hier und da einfach mal rechts abgebogen über diese Boxenausfahrt drüber gefahren, ohne dass wirklich die Notwendigkeit besteht. Und dann hier oben also der Crash, der dann jetzt zur roten Flagge geführt hat.